Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zum Let's Play von Xenoblade. Wir sind hier letztens in dieser Kolonie stehen geblieben. Und da hinten ist so ein Stern. Will ich erst mit dem quatschen, oder will ich erst hier rein? Badezeit. Ich bin erstmal zu Carry. Oh, warte. Ich glaube, das wird viel gequatschen. Oh, plus 10. Irgendwas plus 10? Chillig. L-L-L-Lorea. Sigma-Motor leicht beschädigt. Plus 10. Ah, ist das unsere Flammenuhr? Plus 10? Ganz spannend, worum es geht. Du hast 0 aufgepasst. Ich habe aufgepasst. Ich habe alles mitbekommen, Bedi. Alle wichtigen Dinge habe ich mitbekommen. Also, wir haben hier unsere Kolonie. Oh, guck mal, der läuft sogar an einem vorbei. Okay, wir haben hier unsere Kolonie. Denen geht es anscheinend nicht so gut. Oh. Ähm. Und, äh, ja. Ich habe alles mitbekommen, Bedi. Okay, hier gibt es dich. Dann gehen wir mal in die Badezeit. Äh, in die Badezeit. Let's go. Ich befürchte eine Cutscene. Ich sag doch, ich befürchte eine Cutscene. Oh, oh. Not safe for work content. Alle weggucken. Ich hatte ja echt gehofft, man kann sich einen eigenen Charakter machen. Ich bin ein bisschen Flügel an dem Kopf. Ich verstehe das nicht. Wenn du beim Baden zu sehen, ist so. Sag. Da vermisse ich doch die Raya. Du kennst, wie du ein Offsieger kamst, nachdem was passiert ist. Ach, guck mal, die baden da einfach zusammen. Ich gucke dir einfach nicht. Ich gucke. Ja. Jo, Bili, bis später. Ich sag doch, das ist Vergangenheit. Does it still hurt? Safe. Warte, ist das der Dicke? Nee. Ich kann nicht sagen, dass ich es total überrascht bin. Aber ich komme da. Ich habe so viele von unseren Begründen geholfen. Ein viel passiert. Zudem für mich und für die, die sie aufgenommen haben. Hm. Anyway, worry about him. Guck mal, damit man nichts Nacktes sieht, haben die überall so ein bisschen Nebel gemacht. Finde ich gut. Wie der wurde von Trümmern begraben, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Nichts. Ich habe die Basis-Bunderte, weil ich sie alle zutalte. Uh, das was du anst. Ich werde dir wissen, dass ich etwas mehr verholt habe. Oh, ja, sicher. Ich bin derjenige, die mit dem Heavis aus den Händen verdammt. Sie geben dir viele Punkte. Oh, big deal. Nein, jetzt ist kein Rückblick. Ich meine ganz am Anfang diese I mega lange mit den Teenagern, wo die gegeneinander gekämpft haben. Ich habe doch euch dafür. Ihr müsst aufpassen, wenn ich gleich frage, wo muss ich hin, dann müsst ihr wissen, wo ich hin muss. Guck mal, hier kann ich mal quatschen mit Harala. Plus 10. Okay, gehen wir mal. Oh, da kann man auch quatschen mit Trish. Wer sind denn Lefnisse? Lefnisse. Ein paar neue Verstärkungen. Ich habe das nicht gesehen mit den Steinen. Zum Schlaflager zu Bett gehen. Ja, das machen wir. Moin, BNK. So schnell kannst du nicht lesen. Oh, oh, Alarm. Alarm, Leute. Eine Erdbeerung. Es ist die Krakow-Tür, Leute. Warum? Kann es sein, dass alle Frauen Flügel auf dem Kopf haben? Kann das sein? Ich als alter Nintendo-Spieler weiß, dass es immer erstmal zurückgeht. Ich habe das nicht wieder. Wir können diese Krakow-Tür, Leute. Ich freue mich. Und das ist die Krakow-Tür. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht einmal verlassen. Ich kann das nicht einmal auf dem Kopf ausziehen. Und das ist alles wieder. Okay, hier gibt es nichts. Oh doch, hier gibt es einen Container. Perfekt. Silbermünzen. Oh, es gibt Fallschaden. Alarm im Darm. Tatja findet die Flügel süß, war klar. Das ist eine High End, ja. Das ist eine High End, okay. BNK, keine Ahnung. Er ist zu groß. Wir sind die Flügel süß. Du solltest während der Operation vigilant bleiben. Dismiss. Aha, Ausrüstung. Da bin ich am Start. Robustere Schutzkleidung. Let's go. Ja, Mann. Komm. Kamilla. Los, Kamilla. Gib mir dein Zeug. Kampfvorbereitung angenommen. Er hat unsere erste Mission. Drücke Y, um das aktuelle Ziel, deiner derzeit aktiven Mission, aufzurufen. Mach ich. Ich kann mir hier kaufen. Geh, Verkauf werden. Aha. Wagen sollen einfach nur verkauft werden. Das ist der einzige Sinn. Kampfvorbereitung. Geh und rede mit Kamilla auf dem Versammlungsplatz von Kolonie 9. Nein, erst spreche ich mit Fox. Okay, jetzt 10 bekommen. Perfekt. Einkaufen. Wähl es zuerst kaufen. Na gut. Wähl das gewünschte Item. Fehlkauf machen. Also nichts. Fehlkäufe machen nichts. Pong zu Störenschutz. Alles, verlasse den Laden. Okay. Tschö. Jetzt zieh ihn schon an. Meint ihr, der ist visual? Bestimmt nicht, ne? Save nicht. Ja, ich habe schon verstanden, wie man was anzieht. Habe ich ja eben schon einmal gemacht. Spiel. Hey, ich hatte schon von Zerstörenschutz, ne? Ach ne, das sind alle, die ich habe. Erhöht maximale KP um 20%. Krass. Der von Schwank um 16%. Erhöht den Schaden von Autoangriff um 58%. Oh, ich will aber wieder den Angriffstein haben. Viel besser. Braucht keine Death. Full Attack. Erhöht den Schaden von Autoangriff um 50%. Erhöht den Schaden von Autoangriff. Erhöht den Schaden von Autoangriff. Ich will noch mehr einkaufen. Okay, ne, Sidequest, Leute. Sidequest kommt jetzt. Wenn du in einer Mission Fortschritte erzielst, wird diese aktualisiert. Rücke. Um die Kategorie einer Mission zu wechseln. Plus drücken, um die Kategorie einer Mission anzeigen zu lassen. Okay, gut. Das heißt, das Anzeigen plus, dann sehe ich, wo das ist. Natürlich. Und ich kann hier auch durchschwenken. Haupthandlung. Haupthandlung. Schließe Kampfvorbereitungen ab. Let's go someplace else. Ich will jetzt hier erstmal nochmal kaufen und verkaufen. So habe ich denn überhaupt was mit diesem... Da. Schwach glänzender Panzer. Weg damit. Da. Schwach glänzender Stein. Tschööö. Ich habe auf jeden Fall wieder diesen Ring. Also弟ste Moffen als Partner im Team. 2 km. die recht mittig in der handlung entziehen aber egal es gibt nur ein war in länge der hier ich habe gar nichts davon verstanden moin octavia angriff steilen let's go du kriegst von mir aus die stirnband und du kriegst im chrome schärfe und du hast einen fehler reich perfekt mit allen quatschen das gab sprich mit dem genannten sprich mit den genannten personen ok ronald soll ich soll mir ronald quatschen muss ronald aber ro alt was knistert hier so behindert essbares für die verpflegung sieße da ich wusste es alles einsammeln damit ich es jetzt nicht sammeln muss bitter rettich hortlinge und fettes fischfleisch bett nicht hab das schon würde ich fühlen wenn ich das schon hätte holz anfrage überprüfen mission roh als ich habe gar nichts davon assi steht denn irgendwo wo ich das krieg ey dieses knistern geht mir umsack der nocon war nur in der cutscene dann nevormind die switch ist am abbrauchen deswegen das knistern ich glaube auch wachsen dort in der umgebung das ist ja halb so wild das ist ja halb so wild mit ausrufezeichen markiert also es ist echt nicht schwer es gibt feilschar damit vergessen ups hoppala aber man hält sich ja automatisch das ist ja auch ein bisschen witzlos ne also hier sind diese komischen fische kann ich im wasser kämpfen ich kann im schwimmen kämpfen der gute alte nebelachs ein fettes fischfleisch hier we go guys let's give him the usual noah extra come here i got something for ya you're a life saver crush ya zonster arrow first all coming to get extra take this eat it level up so das fleisch hätte ich knut da hoch musik ist ganz geil ne hab alles easy was jetzt wieso kann ich nicht öffnen es hoffentlich ok leicht fersenschutz ich will nie verlassen aber was ist dieser fersenschutz jetzt hier kann ich nur drei sachen insgesamt immer ausrüsten erhöht auskaltenschaden an luft 1950 und ich kann das gar nicht ändern erhöht block oder für ich kann das noch ich kann das das es das ist was Okay, muss man jetzt laufen, nur kann ich mich theoretisch auch porten. Oh oh. Mann, das mit dem runterfallen ist aber doch blöd. Oh man, das ist so schön. Was war das? Keine Ahnung. Du bist so großartig. Sprich mit Roald, Marius. Wo ist der? Sack. Warte, 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 Warte. Was ist das denn für ne... Was ist das denn für ne Pose? Wir haben Frühstück. Was ist denn die Iris? Ich meine die Augen Iris. Es ist so viel zu quatschen, Leute. Abgeschlossen. Das war doch einfach. 5 SP. Was ist denn SP? Aha. Technik einstellen. Das machen wir. Wenn Maines noch da ist, soll ich mir mal sagen, was hier die krassen Techniken sind. Was haben wir denn hier? Bodenhieb. Balkenaufladung 28, 28, 11. 25, 25, 37. Angriff hoch. Erstlash. Schwanken. Okay, da steht immer was so. Was soll ich jetzt machen? Okay, ich sollte wieder raus. Darf ich nochmal reingehen? Danke. Oh, was war da noch? Talente, Techniken. Okay. Okay, Reaktion. Er zieht beim Rück. Angriff 100% bei Schaden. Also das ist immer schön von hinten. Anschlüsse erhöhen, ausgeleiteten Schaden um 25%. Okay. Ach du kacke, er wusste ja auch. Oh Gott, ey. Treffer ist bei euch gering. Bei Technik treffern heilt nahe Gefährdung, maximale 100% Heilkraft. Oh, Schadensfaktor. Ich hab keine Ahnung. Ich mach mal hier drei Schuss. Das klingt gut. Lass das mal so. SP ist Skillpoint. Okay. Gut Aussehen und Skins. Ja klar. Ich hoffe einfach, dass man mit den Typen nicht wirklich quatschen muss. Weil sonst wäre ich ja noch irre. Ja, nichts besser, als wenn du dich selbst unverletzt hast. Leg dir die Skills in der Kars so, dass du sie in einer Kumpel nacheinander machen kannst. Dann umwerfen, schleudern und niederschmettern. Oder wie sie es genannt haben. Ja, das mach ich. Ja, jetzt bringen wir die großen Schäden aus. Was ist denn? Unsere Rang, das ist Kopper, oder? Wir sprechen über Kolonierrankungen. Ich meine, wir haben gestern gewonnen. Ah, da können wir über Springen. Wir gehen raus! Wedge Formation bis Punkt D! Nicht nachdenen! Pro-Aid ruft mich an! Ach, der will schon wieder was! Ok, jetzt kriege ich ein paar Karten, die ich füllen soll. Verstehe. Erinnert sich an Fire Emblem? Kann ich auch nicht so sagen, hab ich nie gespielt. All fehlt total. Ok, danke. Teil 3 soll zwischen Teil 1 und 2 sein, das erklären was da passiert ist oder so. Schnellreise. Ja, wusste ich es doch. Oh Gott. Es gibt 4 Gegner Kategorien. Normal, Elite, Einzigartig und Glück. Du erkennst den Unterschied am Symbol neben ihrer Stufe. Normale Gegner. Gegner, deren Bezwingen keine besondere Strategie erfordert, solange du dich auf einer ähnlichen Stufe befindest. Elite Gegner, Gegner, die auch auf einer dir ähnlichen Stufe hartnäckig sein können und sie zu besiegen solltest du das Kampfsystem gut beherrschen. Einzigartige Gegner. Sehr starke Gegner, die selbst auf ähnlicher Stufe eine echte Herausforderung darstellen. Ohne eine gute Strategie ist der Kampf aussichtslos. Glücksgegner. Shinies. Wenn du auf solch einen Gegner triffst, schätze ich glücklich. Sie sind so stark wie normale Gegner. Warte mal eine viel bessere Belohnung auf. Ok, ich brauche die Shinies. Ein rotes I. Was bedeutet, kann das I anfallen lassen? Ok, rote Is und Shinies sind gut. Sehe ich jetzt erstmal nix. Wir brauchen Shinies und rote Is. Du kacke, es sind so viele Gegner. Ist hier ein Shiny dabei? In ganz Ionius findest du Scharmütze zwischen Gruppen. Du kannst dich beteiligen, indem du an der Seite wählst. Ein Sieg bringt besondere Belohnung mit sich. ZR Tasse Fokus. Wenn eine Gruppe etwas interessantes auffällt, kannst du ZR gerückt halten, um einen Blick darauf zu richten. Nähere dich dem Geschehen und sieh, was passiert. Ach ZR. Hilfe nicht möglich. Das habe ich mal gemacht. Das habe ich mal gemacht. Ergebnis. Ah, es gab Kolonie-Punkte. Gut. Ich brauche einen Shinies. Ist das? Lenny? Er sieht Angst. Let's ask him what's wrong. Wer? Hey, hier einen. Massive brainfuck. Ne. Ah, das ist ein Shiny. Das sind mehrere Shinies. Let's go. Umwerfen. Ohnmacht. Geile Items. Wo ist das nächste Shiny? Da hinten. Was? Was? Was ist das? Hier wir gehen, Leute. Right off. Let's start. Direkt in die Fresse. Umgeworfen. Ohnmacht. Jetzt mach hier. Explosionen, wie das heißt. rang ab das ist kein shiny leute scheiß auf den da ist ein shiny ich warte eigentlich darauf dass ich zwischen meinen team die dann hin und her switchen kann oha lands fast tot voll aus acker match hier was passiert wenn einer tot ist ha ha da ist einer gestorben was ich bin gestorben da ist ein lot of ground between us and alfetto valley tiny shouldn't burn ourselves out wo die zeit bis man wieder was warten kann die dauert ja ewig ich bin gerade von flamingos gestorben das müsst ihr euch halt auch mal überlegen flamingos haben nicht gekillt das war am anfang so was meinst du was ist noch am anfang so da liegt jetzt aber nicht irgendwie meine lud noch nicht so ellen ring gestört muss er jetzt nicht noch mal hin oder alter es waren ganz schön viele vögel da ist wieder anscheinend ah das noch mal so okay danke verstanden ohnmacht let's go was kommt jetzt dann ja der schaden ist nicht so krass vorsicht ne von dem wollen wir nichts leute weg hier wir wollen nach vorne zum nächsten shiny das wird eine folge voll mit shiny handen umwerfen perfekt aber dafür dass das eine shiny ist und angeblich leicht zu besiegen ist er hat da ganz schön viel leben kann ich irgendwie steuern wen die heilt der lance ist fast tot ich bin auch fast tot wieder ich bin schon wieder tot hä wie ist das so schwer aber ich greife doch nicht weil es die elite gegner an verliere ich denn mein zeug oder was sollst du nichts verlieren ok angriff Photo dann weiter machen auf dann gehen wir mal die mission weiter machen Weiß doch nicht, wieviel Erfahrung man hier bekommt. Muss ich gleich aber drauf achten. Level Up! Okay, hat sich doch gelohnt. Moin, holy moly. Ich weiß nicht, ob gut, besser oder schlechter als die anderen Teile, weil die anderen Teile habe ich nie gespielt. Aber das, was ich bisher hier so sehe, macht Spaß. War am Anfang ein bisschen viel Cut ziehen, aber sonst... ...fällt mir. Oha, das sind... Oh, was ist denn das denn? Äh? Fragezeichen? Was ist denn Fragezeichen? Laurea. Was gibt's? Einen anderen Einer treffen. Heifischmaul klippen. Kameradschaftshilfe angenommen. Okay, dann, äh, gucken wir mal, wo ich lang muss. Rettet den 16. Unterstützungstrupp. Okay. Den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Perfekt. Oh, was ist denn da oben so gelb? Das ist schon was Gutes. Gehen wir mal hin. Gibt's irgendwie eine Möglichkeit, schneller zu laufen, ey? Das ist echt lahm. Das sollte uns dann ungefähr halbwegs machen, dann. Ah! Ist das eine Kiste? Möchtest du von der anderen Seite aus hin, ne? Von da. Da gehen wir auf jeden Fall mal hin. Kisten, immer gut. Kisten, immer mitnehmen. Oh, ein Shiny Level 2, den nehmen wir auch mal eben mit. Ist das... Hier geht's, Leute. Ohnmacht. Jetzt Explosionen, wie das heißt. Natürlich. Ey, da ist noch ein Shiny. Aber mehr. Oh, sind das zwei? Komm, gleich mal auch noch ein. Einfach ein Stein oder so. Blitzerfücher, das sind Shinies. Oh, Halle. 50. Alter, wir sind da ganz am Anfang. Was bringen die? Die sind genauso stark wie normale Gegner, bringen aber viel besseren Loot. Was ist das? Wenn ich das richtig verstanden habe. Oder haben wir höhere Chancen, seltenen Loot zu geben. Oh, sieht aus, wie wir von hier gehen können. Oder so. Und dann gibt's noch welche, die sind noch seltener. Die haben so ein Ausrufezeichen neben ihren Namen. Die haben eine Chance, was ganz seltenes zu droppen. Ey, da hinten ist noch eine Kiste, glaube ich. Oh, was ist das? Ach, da müssen wir hin. Haifisch- Haifisch-Mauklippen. Okay. Haifisch-Mauklippen. Container. Ich hoffe, wir können davon benutzen. Seeschaumseife. Erntekette. Oh, da wirst du bestimmt mehr Erfahrung oder so. Das wäre chillig. Erntekette. Erhöht KP-Heilung beim Einsatz von Heilungstechniken. Das ist doch perfekt für meine Heilerin, oder? Hier, nimm mal. Erntekette. Oh, ein Landmonster noch 50%. Okay, okay. Jetzt muss ich echt den ganzen Weg wieder rumlatschen. Das ist ja... Ach, das ist ja ungeil. Ha! Kann man nicht schnell laufen, oder so. Ist das eine Liste, wo man... Wo man weiß, was getroppt wird? Nee, also... Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß aber gar nicht, was ich überhaupt haben will, was getroppt wird. Also von den Drops weiß ich noch gar nichts. Ich vermisse mein Pferd aus Elden Ring. Oh, ein Shiny. Das ist besser in Tent Tamera. Ich habe ein Problem am Hals gehabt. Gibt es schon später eine Möglichkeit schneller zu laufen. Schwanken. Hau ihn um. Umwerfen. Geil. Ohnmacht. Perfekt. Aber da gibt es doch noch was dahinter, oder? Haben wir bestimmt noch nicht. Ohnmacht. 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 Was ist das? Oh, ich bin fast tot. Kann man eigentlich auch Items einsetzen? Kann ich ja auch ein Item einsetzen oder so? Ne. Keine Ahnung. Oh, ich bin fast tot, killt der mal. Alter, ich habe noch ein, ich habe ein KP noch. Ich habe ein KP. Ich habe da ein fucking KP. Man kann anscheinend keine Items da so einsetzen. Aber ich habe die Musik gesehen von Items. Oh, ein Container. Container? Wo? Ich habe gar keine Zeit, gar keine Zeit. Wo oben rechts steht immer, wie viele Gegner ich gerade habe, ne? Du bist das? Und jetzt? Ja, ich habe das. Oh, wie viele sagen, ich mache das. Oh, es ist das glaube ich. Oh, es ist das glaube ich, ein kleiner 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 kleiner. Ich habe ein Knochen, Patrick, ich habe auch noch Gracias. Ich hoffe echt, man kann später noch schneller laufen. Das ist ja echt ein bisschen lahm. Sollen wir denen hier helfen? Es gibt ja Kolonie-Punkte, wäre gut, ne? Nicht getroffen, geil. Und du sagst, das geht später weg, dass man auf die Attacken warten muss. Das ist schon ein bisschen nervig. Ich bin für Early. Oh, hier gab es irgendwie einen Ring oder so. Werkzeuggurt. Was kann denn der Werkzeuggurt? Erhöht ausgeteilten Schaden an Maschinen. Nee, nee, gar keine Zeit. Schönes Kamel. Moment, nur ein Command Interface. Soll ich gleichzeitig reagieren später? Okay, danke. Wölfe. Halte ZL gedrückt, um die Taktik-Palette zu öffnen und deinen Mitstreitern... ZL gedrückt und nach oben, um der Gruppe zu befehlen, ihre Angriffe zu konzentrieren. Dadurch greifen alle das selber an, wie der gesteuerte Charakter. Ja, ja. Moin. Gucken Sie sich bei den Charakten zu versammeln. Rückverteilen. Verteilen sich wieder. Oh, K. Natürlich. Angriffe konzentrieren. Versammeln. Natürlich. Taktiken. Ey, krass, wir sind immer noch im Tutorial, glaube ich, Leute. Wir sind einfach immer noch im Tutorial. Hat das eigentlich einen Grund, dass der so einen komischen Kreis um sich rumhaut? Stimmt, ne? Lance ist schon wieder fast da. ZL, kannst du mal bitte Takt teilen oder so? Lance ist tot, toll, genial auf mich. Ich bin auch tot! Heil mich, Juni, heil mich! Schönes Ding, jetzt heilen uns alle. Ludi darf nicht sterben. Nein, sie ist tot. Ja, geil. Na, geil, kommt auf mich, na klar. Gut. Ey, das ist doch scheiße, hä? Ich spiele auf normal, nicht mehr als auf schwer. Kann von vorn beginnen, ja. Zieht die Agro auf sich. Okay. Angegabe konzentriert, aber bloß nicht versammeln, Leute. Auf den gehe ich eigentlich gerade, auf den, ne? Das war eine Heilung, sehr schön. Hä, wieso ist das denn jetzt einfacher? Ich verstehe gar nichts mehr. Was heißt denn alle Kombos? Ich verstehe gar nichts mehr. Ja, die einem schlau, ist das denn? Ich habe etwas, was ich für dich. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1. Oh, Gott sei Dank. Aber wieso war das jetzt viel einfacher als eben? Bestimmt werden ihn konzentrieren. Ich glaube, alle auf einem Fleck stehen, ist nicht gut. Er zieht die Agro auf sich. Aha, okay. Ah, alle hier im Combo. Okay. No need to glare. Is it that bad? Yeah. Something's not right here. Something just feels off. Noah's intuition's never wrong. Friends better listen to Noah. Got it. Alphée total. Okay, das war's wieder mit der Folge. Gerne Kommentar da lassen. Like auf dem Video wäre mega nice. Wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, gerne Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.